Graffiti ist gefährlich. Es kostet unsagbar viel Zeit. Graffiti ist eine Straftat, bei der man am Ende keinen Profit gemacht hat, sondern nur investiert. Durch Graffiti habe ich Länder entdeckt, die ich sonst nie gesehen hätte. Ich habe Leute kennengelernt, die ich sonst nie getroffen hätte. Graffiti ist nichts. Graffiti ist alles. Ich bin ordentlich. Ich bin ordentlich. Gehen wir, man. Ich bin ordentlich. Ich bin ordentlich. Ich bin ordentlich. Und dann ist alles, was ich heute zuerst. Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.